Ich hatte ein 1 gegen 1 gegen den YouTuber Cobrick und dieser ist wahrscheinlich der beste Gegner, den ich in diesen Videos bisher hatte. Ich habe gleich mal die Chance auf einen Flick, gibt dem Ball aber viel zu viel Power, der geht ans Backboard. Im direkten Anschluss hatte ich dann keinen Boost mehr, er zwingt mich aber zu einem 50. Ich kriege eine schlechte Recovery und er nutzt das eiskalt aus. Ich hatte übrigens gar keine Chance gegen seine Kickoffs. Seine Speedflips waren einfach besser als meine und dadurch hatte er die Kontrolle und konnte mit 4 zu 0 in Führung gehen. Ich habe aber auch nicht viel weniger erwartet von einem Spieler, der Top 100 gehittet hat. Dann konnte ich ihn endlich mal auf den falschen Fuß erwischen und mein erstes Tor erzielen. Dies gab mir das Gefühl in der Partie angekommen zu sein und ich setze ihn mit meinem Positioning ein wenig unter Druck und das mit Erfolg. Den Aufschwung mache ich mir leider selber ein wenig zunichte, indem ich den Ball nach meinem Fake hier gegen die Wand haue und das ist ein gefühltes Eigentor, das nutzt auch eiskalt aus. Nach seinem sechsten und siebten Tor kann ich wenigstens noch ein Tor nachlegen, allerdings setzt er den Schlusspunkt mit dem 8 zu 3. GG ist ein Cobrick, gegen welchen Creator soll ich als nächstes antreten?